V.A.T. und dieser Reiko ist wieder da Schreib ne Quali und zerlege Rapper nur mit diesem Part Mir egal wen du mir als Gegner gibst Die Siegeschlossheit in den Battle-Game Mir ist negativ, viermal weg und schreibe weiter deinen Scheiß-Tags Denn nach diesem Battle fick ich deine Scheiß-Sex Was ist denn los mit dir? Du versuchst den Tag zu treffen, machst ne Quali Irgendwürst danach darfst du nie erbrechen Und du denkst Autotyp bringt bei dir irgendwas Falsch gedacht Autotyp bringt bei dir so etwas Du solltest wissen, dass Autotune nicht helfen wird Du machst das Black-Man auf den Biss gleich feuer werden Danach nimmst du auf und du merkst es klingt scheiße Ich hör es mir an und mach es gleich wieder leise Egal gegen wen ich battle, ich bring gerade Zeilen Und danach wird jeder Gegner ganz schnell schweigen Und dann wird jeder Tag 50